Ich bin Georg Schirnbeck, komme aus dem schönsten Teil Deutschlands, das ist der Teutoburger Wald. Deshalb ist es naheliegend, dass ich mich um unsere Wälder in Deutschland und darüber hinaus kümmere. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Holz haben wir genug. Es ist wichtig, dass ordentliche Bretter und Balken geschnitten werden und dass sie in Häuser verbaut werden. Ich habe ein Haus, das ist 220 Jahre alt, schönes Eichenholz von 1813, das wird noch eine Ewigkeit halten. Das ist ein Beispiel für das Handeln von Generationen für die Nachhaltigkeit. In diesem Sinne, folgen Sie diesem Beispiel. Dankeschön.